Willkommen zurück, Harry Potter Part 101. Rückwärts gesprochen ist das auch Part 101. Damit sind wir auch direkt schon bei den Fun Facts. Oh scheiße, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, wo ich war. Die Herausforderung steht noch, oder? Ich hab die Strecke für dich warm gehalten. Und? Bist du bereit? Was für ein Schwachsinn! Ich hab die Strecke für dich warm gehalten. Also mit einem Auto würde ich ja verstehen, oder mit einem Motorrad, dass man so ganz viel über die Strecke fährt. Dass die dann warm bleibt, aber... Luft! Haha! Oh Mann, ey, Mellor. Scheiße, der war schon automatisch so schnell. Das kann noch nichts geben. Ja, das klappt schon mal nicht. Weil ich wieder irgendwie oben und unten auf meiner Tastatur verwechselt hatte, kurzzeitig. Das war nicht allzu schwer. Naja, es war aber auch nicht allzu gut, seien wir doch mal ehrlich. Okay, so, ist hoch und dann direkt schnell abbiegen. Naja. Ja, verloren. Ist ja noch schlimmer als Strafsekunden. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Ey, das ist ja noch scheißiger als ein Kampf. Ich werde das niemals schaffen. Ich meine, man kann es noch nicht mal gechillt machen. Und ich hab mir sagen lassen, das ist wirklich schwer. Von Leuten, die das Spiel in nahe von drei Wochen durch hatten oder so. Ich meine, ich spiel ja auf schwer. Ist das hier dann auch schwerer? Naja. Ne, es läuft nicht gut. Oh, jetzt hätte ich den Ring fast verpasst. Ey, da kommen aber noch mehr Ringe. Und ich hab schon fast die Zeit um. Ja, okay, da sollte man dann doch da unten durch. Das hab ich letztes Mal ja nicht gemacht. Ja, Zeit ist um. Und ich bin noch nicht mal am Ende. Wie lahm bin ich denn heute? Ich muss es auf jeden Fall nochmal machen. Ja, du hast aber verloren. Und zwar richtig haushoch. Da war das ja letztens besser. Ne, ist nicht. Guck mal, wie ewig ich gebraucht hab. Okay, ich war auch vorhin nicht wirklich bereit. Vorhin, die ist jetzt... Ich muss mir gew... Die ist jetzt schon schnell. Und ich muss das ja gewinnen, um das nächste Wäden-Update zu kriegen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Was meine ich? Das passiert dann. Ich muss die gelben Dinger mitnehmen. Ohne die gelben Dinger schafft man das nicht. Ich sag jetzt einfach nichts. Ich muss mich konzentrieren. Das war nicht allzu schwer. Wie ist die denn jetzt da wieder so schnell geworden? Ich hab doch die gelben Dinger mitgenommen. Okay, man muss die echt alle mitnehmen. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das bleibt aber gut. Ne, die Luftballons zu zerstören. Bitte, ich will das einfach nur schaffen. Okay. Da einfach nur durch. Hier einfach nur durch. Oh ja, jetzt wurde ich wieder überholt und werde verlieren. Kann die Figur bitte einen Ring auslassen? Kann ich jetzt das bitte einfach schaffen? Bitte überhol mich nicht. Bitte überhol mich nicht. Ey, das war so knapp. Nur weil ich die gelben Dinger verpasst hab. Letzter Versuch, dann gebe ich auf. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Naja, nicht wirklich. Ich krieg ja ehrlich gesagt den Start schon nicht hin. Ja, verkackt. Vielleicht sollte ich die Besensteuerung nochmal ändern. Auf der anderen Seite habe ich mich ja auch schon jetzt so halb dran gewöhnt. Das läuft aber gut. Sag das nicht zu früh mit dem Gutlaufen. Ich hab mich vorhin auch schon fast zu früh gefreut. Das ist schon viel besser. Mhm. Ja, best. Ja, best. Gut geflogen. Boah, hört sich an wie Bibi und Tina auf einem Pferderennen. Oh scheiße. Ach hier bin ich schon, Mist. Oh, das ist der schwerste Ring finde ich. Ah, jetzt habe ich wieder verloren, weil ich den nicht mitgenommen habe. Ah ne, ich habe es geschafft, oh mein Gott. War das schwer. Okay, im Nachhinein bin ich jetzt froh. Okay, also noch mehr Rekorde werde ich da jetzt nicht aufstellen wollen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Allraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. So. Hat Spaß gemacht, nicht. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir zu messen. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Nicht schlecht. Für Gryffindor. Pass gut auf dich auf. Fliegen und Siegen freigeschaltet. So, jetzt können wir ja zu diesem Typen zurückkehren. Wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Naja. Okay, gibt's noch hier irgendwas Spannendes? Rebellion. Oh, ne Kröte, ein Frosch. Okay, die sammeln wir noch ein. Und los geht es. Die Karte von Hawk... ...Smith. Ja, und dann gucken wir mal, was wir machen. Wahrscheinlich irgendeine Debt-Quest. Vielleicht irgendwie ein paar Gespräche. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Aber hier irgendwo ist auch noch eine Schatztruhe. Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. So, vielleicht kann ich hier auch dann ein bisschen Zeug verkaufen. Nichts wärmt den Körper so wie Zeug. Wie geht's meiner Lieblingstestpilotin? Hallo nochmal Mr. Weeks. Ich hab den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Naja. Oh, die hat grad gruselig geguckt. Und nochmals. Vielen Dank. Ja, bitte. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Okay, die muss ich zum Raum der Wünsche bringen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Ja, bis dann. Sind was, Freunde? Ein gutes Team. So, jetzt haben wir ja ganz viele neue Aufträge bekommen. Ah, das ist diese Schatzkarte. Ja komm, das können wir machen, wenn wir jetzt eh schon hier in den drei Besen sind. Dann machen wir noch die und danach sprechen wir mit den anderen. Jetzt ist aber Weihnachten hier auf seinem Höhepunkt. Dafür danken, dass sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Astoria Cricket? Kommt drauf an. Kriege ich Ärger? Ja, laut Ferdinand Pratt. Du hast seinen Rahmen gestohlen. Gestohlen würde ich nicht sagen. Eher umgelagert. Wie drücke ich das nett aus? Ferdinand Pratt ist ein lästiges Geschwür. Er hat Glück, dass ich ihn nicht eingemauert habe. Ach, ich bin nett. So schlimm ist der nicht. Oder doch? Oh, ich freue mich, wenn ich böse bin. Er spioniert doch eh nur die Schüler hier aus und petzt alles dem Schulleiter. Und wenn es nichts zu berichten gibt, erfindet er einfach was. Letzte Woche musste ich vier Stunden nachsitzen, weil er Black erzählt hat, dass ich plane, den See trocken zu legen. Was immer das heißt. Da platzte mir der Kragen. Er und sein Rahmen mussten weg. Darf ich fragen, wo er ist? Tja, er ist wahrscheinlich bei den netten Herren, die ich dafür bezahlt habe, ihn zu klauen. Sie kampieren in einer Ruine am Meer. Ich wollte ihn nur weit genug weg haben, um nie wieder an Ferdinand Pratt denken zu müssen. Sicher schreit er schon wieder in der Bibliothek herum. Oh, bei Merlins Bart. Die ist aber auch irgendwie hässlich, ne? Ich frag, soll er sich nicht beschweren? Er hätte auch im Eberkopf landen können. Aber ich muss gleich was erzählen. Das hätte er gehasst. Schmutzige Wände, Ziegengeruch und die Kundschaft erst. Die verspeisen feine Prinzen wie ihn zum Abendessen. Aber es ist, wie es ist. Er ist nicht mehr hier und ich finde, das sollten wir genießen. War nett mit dir zu reden. Also, eigentlich hat sie recht. Ähm, was ich erzählen wollte. Und zwar müsst ihr, ähm, warte. Am 10.05. bei TV Total, also es soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Da war, müsst ihr mal auf YouTube gucken, die Videos von denen. Vom 10.05. Vielleicht das Video einen Tag später. Da war so, irgendwie so eine Sendung, die eigentlich gar nichts mit Harry Potter so zu tun hat. Da wurde so eine Frau interviewt. Und plötzlich meinte der, ah, wissen Sie, woran die mich erinnert? Und dann sagt die so, sagt er so an Snape. Dann setzen die der Frau so eine Snape Perücke auf. Und behaupten jetzt, das sei Snape. Und dass sie die Frau sieht aber. Also, die hat halt so eine Nase wie Snape. Und so ein bisschen das Gesicht. Und wenn, die hatte auch schwarze Anziehsachen an. Und es passt tatsächlich wirklich. Äh. Also, es sieht wirklich aus wie Snape. Das ist lustig. Also, falls ihr mal was zu lachen haben wollt. Könnt ihr euch das gerne angucken? Ich fand's sehr lustig. Ich fand's ein bisschen... Es hat irgendwie nicht so gepasst. So krass sah die jetzt auch nicht danach aus. Halt mit der Perücke schon. Und irgendwie fand ich so, den Bogen da hinzuschlagen. Also, da muss man echt erstmal drauf kommen. Aber fand ich ja trotzdem als Harry Potter Fan cool. So, jetzt soll der hier in der Burgruine hängen. Oh Mist. Da muss ich kämpfen. Zum Glück waren wir hier schon. Das heißt, wir können das ja jetzt relativ zügig erledigen. Sieht man auch daran, dass der ganze Mondstein schon weg ist. Oh Scheiße. Jetzt sind die alle direkt hier um die Ecke. So, falls ich ein bisschen Pretificus Totalus machen kann. Weil dieser Lautlustkill war mir nicht so klar, dass das funktioniert. So, jetzt nacheinander. Jetzt der. Ja, sehr cool. Viel Spaß. So, vielleicht geht das bei dem jetzt nicht mehr, weil er das erkennt, aber... Cool, jetzt habe ich's bei allen gemacht. Ey, das war mal... Gute Serie, würde ich sagen. Kann man jetzt noch was von denen einsammeln, ist die Frage. Okay, das hätte ich jetzt irgendwie... Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ist auch hier der Drache in der Nähe, oder was? Ja, wo sind die denn jetzt? Ich habe die doch jetzt nicht alle umgebracht. Okay, jetzt sind die tot. Das heißt, ich hatte die vorhin gar nicht umgebracht. Weil das waren ja bestimmt nicht neue. Die sind nur kurz irgendwie weg. So, hier irgendwo ist das Portrait weiter unten. Das heißt... Ähm... Ja, ich muss jetzt irgendwie eine Treppe finden. Boah, ich nenne das Runtergang. Leute, das heißt Treppe. Warum nenne ich das Runtergang? Oh, hier ist der... Oh, ich habe da sogar die Flasche da gesehen. Ja, hier war ich glaube ich vorhin noch nicht. Ne, ist noch schön, alles einzusammeln. War das jetzt Stufe 2? Stufe 1 habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Ist im Endeffekt auch egal. Ich würde mir interessieren, ob dieses Spiel dann auf Stufe 2 schwerer ist als auf Stufe 1. Bisher habe ich keinen Unterschied gemerkt. Aber ich finde das ja generell nicht schwer. Aber auf Playstation, wie gesagt, fand ich war das schwerer. Weil man die dann auch so in der Position halten musste, die Knüppel. Wurde aber auch Zeit. Dass überhaupt noch etwas von mir... Ich meine die Joysticks. Ja komm, erstmal schmoren. Erstmal... Ja okay, Raum der Wünsche muss auch drin sein. Dann komm. Ganz ruhig, ich bin ja da. Ruhig? Diese Tu-nicht-Gute da draußen sprachen davon, mich zu verbrennen. Mich! Wenn sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre ihnen klar, dass ich unversehrt und in den drei Besen mehr wert bin. Warum das? Ich bekomme so viel mit. Ich bin eine wahre Schatzkammer an Informationen. Jetzt stehen sie da nicht einfach herum. Ich muss zum Abendschnaps zurück sein. Ohne mich ist in der Bude nichts los. Ah, okay. Trinken die dann so Gemäldeschnaps, also so gemalten Schnaps? Dann gehen wir besser, nicht wahr? Und tragen sie mich gefälligst vorsichtig, ja? Meine Hosen sind schon ganz verknittert. Haben sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier. Das werde ich nicht dulden. Boah, kann er jetzt einfach seine Klappe halten? Oder in den Eberkopf. Das Bild war ja eigentlich in den drei Besen. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt wichtig für die Geschichte, wo ich den hinbringe. Wo der besser ausspionieren kann. Also entweder soll der was für uns rausfinden, dann da, wo man mehr rausfinden kann, oder der soll halt nichts für uns rausfinden, dann da, wo man weniger rausfinden kann. Äh, was mache ich hier? Ich gebe den Eberkopf. Ich gebe den Eberkopf. Ich habe keinen Bock, den Porträt, den Wunsch zu erfüllen. Ich will mal wissen, was dann passiert. Kann ich jetzt mal experimentieren, freudig? Wo ist der Eberkopf? Da, ne? Ja. Dann bringen wir ihn zum Eberkopf. Einfach nur, um das Porträt zu ärgern, weil das so nervig ist. Und weil wahrscheinlich Black den extra in die drei Besen gehängt hat. Das hier ist hoffentlich der Eberkopf. Nein, das ist der drei Besen. Dann hier ist der Eberkopf. Ja, das ist irgendwie auch cooler, weil das so am Wasser ist. Ja, sorry. Ich nehme einfach mal den Hintereingang. Obwohl, der sieht echt schon scheiße aus der Eberkopf. Holen Sie mich sofort hier raus. Es wird Ihnen noch leid tun, wenn ich Milben bekomme. Hören Sie schlecht. Ich will hier raus. Ja, okay. Du wolltest raus. Hier bist du draußen. Was soll das bedeuten? Das sind nicht die drei Besen. Stimmt genau. Dies ist der Eberkopf. Sind Sie in einen Kessel mit Blödrank gefallen? Sie haben mich zum falschen Ort gebracht. Es ist absolut abstoßend hier. Zugegeben, es ist nicht gerade das drei Besen. Bitte. Sie können mich hier nicht zurücklassen. Bitte. Viel Spaß in Ihrem neuen Heim, Ferdinand. Ich bin beeindruckt von unserer Leistung. Diese Aufrüstung ist besser, als ich es erwartet hatte. Schauen Sie mal bei Spindwitches vorbei. Ja, okay, dann kommen wir jetzt zu Spindwitches. Ob ich rausfinde, wo das ist? Nee. Also, wenn man selber in der Stadt ist, finde ich das leicht. Aber wenn das in so einem Spiel ist... Okay, ich muss einfach nur die ganze Zeit geradeaus und dann links. Also, hier. Oh, hallo. Ohne Sie hätte ich die Besenverbesserung nicht so perfekt hinbekommen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis. Wie teuer. Die Teamarbeit war großartig. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben. Hallo, ganz ehrlich, ich hätte das umsonst kriegen sollen und die Verbesserung nochmal zu testen. Und so als ob... So eine Abzocke. Also, wirklich. Darauf erstmal in den Raum der Wünsche. Ich glaube, zu den Tieren möchte ich jetzt gerade nicht. Jetzt gehe ich erstmal die Sachen identifizieren. Der eine Mantel ist sogar besser. Nö, aber nicht in dem, was ich möchte. Ich finde, Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Und ich gehe nochmal Pflanzen abholen. Ah ja, und ich habe rausgefunden, wenn ich so einen Wunschbaum habe, das kommt noch, dann kann ich auch die Pflanzenattacken verbessern. Und dann ist es, glaube ich, mit den Kohlen auch ganz cool. Kann ich die eigentlich düngern? Keine Ahnung, ob das was bringt. So, was will ich noch düngern? Malvenkraut, Dipdam. Keine Ahnung, was der Dünger bringt. Ich muss dann ja auch mal loswerden. Ich glaube, der macht, dass du mehr Ertrag hast. Aber jetzt immer oder nur einmal? So, was für ein Auftrag kommt jetzt? Okay, machen wir erstmal Natti. Und wenn wir das gesprochen haben, ist der Parrot auch schon vorbei. Wäre jetzt mein Plan. So, wie geht's jetzt vom Raum der Wünsche in die große Halle? Wir sind jetzt der typische Hogwarts-Schüler und müssen da langlaufen. Ah, da steht nicht, wie weit das entfernt ist. Ah, ich glaube, das kann schon in der Nähe sein. Wahrscheinlich müssen wir auch einmal nach draußen. Muss man ja meistens den Gebäudeteil wechseln. Ja, oder? Das ist jetzt schon hier. Nee, Gebäudeteil wechseln. Wo sind wir? Ah, da hinten ist das. Genau, jetzt geht's hier rein. Ah, ja, da ist die große Halle, glaube ich. Ja, doch, das ist da vorne. Hier dieses Brückenrätsel hatten wir auch in irgendeinem Part gelöst. Wo ich die ganze Zeit über die Lösung gelaufen bin. Falls ihr das lösen wollt und den Part nicht gesehen habt, auf dem Kulli-Deckel steht die Lösung. Seit du mir das Winimosa-Tentakula-Blatt gebracht hast, kennt mich niemand. Ja, cool. Jetzt denken jeder, du hast dir das besorgt, aber ich war das. Da ist jetzt immer noch Weihnachten. Jo. Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabele-Land. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Tut mir leid, Natty. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Du hast so viel getan. Tatsächlich sind viele meiner guten Tage nur deinetwegen gut. Die schlimmen Tage allerdings. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickel die Konsequenzen spüren. Ja, Natty. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Gerne. Rebellion. Irgendwo. Wow. Trotzdem. Irgendwo ist ja noch eine Schatzkiste versteckt. So. Nee. Wir machen diesmal in der großen Halle Schluss. Da habe ich jetzt Lust drauf. Nächstes Mal suchen wir uns dann eine Quest aus. Ich hoffe, Part 101 hat euch gefallen. Wenn es so weiter geht. Und ich habe auf jeden Fall mehr als die Hälfte des Spiels. Also wird es nicht 200 Parts geben. So viel kann man vielleicht schon mal sagen. Ja. Hier. Sammelobjekte sind neu. Wow. Beschwörungen sind neu. Ja. Spannend, spannend, spannend. Hallo. Ich will, dass das Ausrufezeichen da weg geht. Ah. Gut. So. Was ist noch neu? Neue Inventar. Neue Inventar. Oder hier. Ah ja. Nachrichten. Okay. Was ist hier neu? Mhm. Gut. Aufträge. Ach der. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss.